ja liebe naturfreunde heute zum ersten advent habe ich hier ein ereignis draußen am bach ein graureier es war noch ein zweiter da den hat er schon weggejagt und der viele schnee treibt natürlich die vögel jetzt alle hier ran an die nahrungsplätze die teiche zugefroren sind ist natürlich der bach erste wahl kann ich aber nur hier aus dem zimmer raus filmen denn wenn du da raus gehst ist er sofort weg also mir wäre es ja auf dauer zu kalt an die bene gefangen hat aber noch nichts naja ich wünsche euch eine schöne adventszeit und denkt auch an die tiere ich fülle ja die vögel schon wieder fleißig die sind schon wieder am fressen aber die kennt ihr ja alle schon jetzt habe ich schnee geschippt und dann gucken wir gleich noch ein rot kälchen am fütter wenn der bild unscharf ist es geht halt auch immer durchs fenster durch draußen ist es so windig und schneit da kann man nichts filmen und die stiegel zu kommen herrlich 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 er 1 Vielen Dank.